Musik Herzlich Willkommen zum 15. Türchen von Played Homes Adventskalender. Herr Kapellmeister, bitte versuchen Sie sich zu erinnern. Wer hat an den besagten Tagen die Tassen mit dem Glühwein verteilt? Horst Kropf kratzte sich den grinnigen Kopf. Die Getränke bekamen wir immer spendiert, auch die Bratwürste und alles andere. Die Händler sind sehr freundlich zu uns. Schließlich sorgten wir ja für die richtige Weihnachtsstimmung. Schon deshalb würden wir weiterspielen, verstehen Sie? Wir dürfen doch die Leute nicht im Stich lassen. Wer hat den Glühwein herumgereicht, als ihr Tubis starb? Das weiß ich nicht mehr, wirklich nicht. Und als der Pausonist starb? Der Paus... ne, Posaunist... Und als der Paus... äh, und als der Posaunist umfiel? Herr Kommissar, wenn wir spielen, vergessen wir alles um uns herum. Dazu der Schock. Sie verstehen? Spielen Sie heute am Wieder? Ja, aber im Vierte. So, bis sechs. Bleiben Sie anschließend bitte beisammen. Ich hätte dann noch ein paar Fragen. Bis zum nächsten Mal.